Warte! Lass das, was, Killer? So! Warte, 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 warte! So, erst mal die Perk wieder auswählen! Heih, will ich niemals tun. Will doch nicht! Ähm ... Kommt drauf an, welchen Killer du spielst, dann ist es nicht mehr gut oder scheiße! Wenn ich jetzt was für den ... wenn ich jetzt das ... Welchen Killer spielst du, Danny? Du kannst jetzt ehrlich sein, ich opfer nichts für den Mettbewerb ¡Pich! Ich bin Killer, ne? Guck mal genau hin! Hast du auch Stimmen gepostet? Lass welchen Killer? Nein, habe ich nicht. Ich sag ich nicht. Ich muss eine Überraschung bleiben! Haaa! Vor allem Lars ist das komplette Gegenteil von Jenny einfach. Ist so. Nein, stopp! Ich fühle mich gemobbt! Mach mal deine own voice hören an, bitte. Dann hörst du das mal, wie du dich anhörst. Jenny steht bei dem ich auch. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Lars! Was zum Teufel? Was zum Teufel? Ey, wie du dich gerade anhörst, kriegst du übrigens, indem du die BD folgst auf Steam, dann hast du's in der nächsten Runde. Freeze? Ja? Du darfst übrigens noch ein neues Teil mitnehmen, ne? Achso, warte mal! Dann nehme ich was anderes mit als Cracker. Freeze, du bist Level Null? Alter! Also, hier machen wir uns alle mit, also... Er hat das Spiel seit neun Stunden, Alter. Ähm... Hast du die Perks ausgerüstet, wie ich? Oh, Mori ist... Mori ist feige. Ich gewinn auch so. Keine Angst. Ja, ja. Ich sag gerne nur, du hast mich in den einen anderen gemorriht. Me, 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 me... Mie, mi, 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 Mie... ...lo, no, 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 no. Doch, doch, doch! Nein, 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 nein! Drei wird noch nicht bereit sein! Lars! Ja du wißt auch noch ein paar O ratingsze anunciatet! Der bin nicht wohl! So. Ach, das sollte passen! Ja, wenn mir jetzt ein Fisch nicht jetzt ist, wird so fassen. S fim- fünft! Na dann! Let's get apu ready! Mit Reeves, Sabina, Tabi und Yugi, Mann! Oh, ich hatte keine Perks! 1, 2, 3, 4! Neumond! Aiche, vergess das! Neumond! Also, starker Nebel, ein Haken weniger und Neumond, okay? Besser kannst du da gar nicht laufen, okay? Hey, warte mal, der hat meinen Aufrag aber gar nicht genommen! Das ist bei mir auch was schon mal passiert! Bei mir war auch wieder drin, sieh bei meiner Folge auch mal wie auf dem Channel, dass es auch 3 Haken mehr drin sind! Ein Haken, da da da! Hallo! Was ist denn weniger? Ich hab eine Reparaturkinderstelle, in dem Fall bei denen! Me! Me! Achja! Ich bin Killermann! Die Tabi hört sich an wie allein das Kätzchen, Alter! Nein, dieser 12-jährige ist für mich, weißt du! Halt Juk! Ja? Das passt aber jetzt mit Sabis! Ja? Was? Die neue Serie! Die Katze! Moustie und die Chipmann! Die Katze! Nicht die Katze! Nein! Juk hat gerade gesagt, dass Sabi sich einfach wie eine Katze anhört! Kohlwitz war eine Serie geil! Pfff! Pass aber eher zu dir! Warum? Walf auf! Walf auf! Bist du unkreativ! Walf auf! Genau! Ja! Die Kamer sind doch schon mal 5 Minuten zu gucken! Hast du meinen Status gesehen? Schi, schi, schi! So! Kannst du mal nur um.. Was gehen? Ja! Arschloch! Das meint ich ernst! 3, 2, 1, go! Ja und ich beschütze dich, Schatz! Wenn mir gehts jetzt erst an! Ja, bei mir auch. Bei mir hast du recht. Er ist ein Kinder mit Herzschlag. Was, ich bin ein Kinder mit Herzschlag? Er ist der Hilly-Billy. Falk mir, komm, falk mir. Ich hab nichts anderes mit mir. Ja! Ich weiß nicht, dass der Hilly-Billy will. Mann, hallo, kannst du es nicht aufhören? Nein, guck ich kann man nicht. Guck, ich bin bei GBA. Nein, ich bin nicht über GBA. Sondern über so eine fucking Musik, die die ganze Zeit läuft. Es kommt die ganze Zeit einfach zu retten. Ich bin ein Mädchen. Ich bin ein Mädchen. Ich bin ein Mädchen. Doch. Ich will doch nur meine Wappentasche zeigen. Nein. Doch. Das war dumm wahrscheinlich. Unmöglich. Yuki-Mani. Nein. Ja. Ich werde dich immer beschützen. Ja, Alter. Was kommt? Ich bin nicht direkt eingelassen. Ich kann nicht mit David kommen. Nein. 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 Ich bin überrascher. Das war haarscharf! Das war sowas von haarscharf! Alter! Das war haarscharf! Oh na, haarscharf tut mein Nackenspitze! Ich bin fast nicht um die Ecke gekommen! Du hast die Palette von mir runtergeschmissen, du Arsch! Ja, sorry! Ich wusste nicht, dass du da noch kommst! Ob wir einfach drei Leute so nahe neue Zeit mit hatten, ne? Ja, und ich such die Luke! Ich hab die Luke! Ey, Lila, du bist bei mir! Wo ist die Luke? Wie such die Luke? Weiß nicht mehr! Jenny hat einen Schlüssel, wo wir alle diese Luke ankommen können! Wo ist bei dir? Na, wo du nicht bist! Deine Nebesse haben wir vorbeigerast! Ich bin Autofahrer! Nyauuu! 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 Ich werde immer so die Luke rein! Ich werde immer so die Luke rein! Ich werde immer so die Luke rein! Wie schnell bist du gelangt! So! Nice! Was ist denn das? Ich wette, irgendwann kommt auch so ein Perk rein! Ähm... Dann kommt einfach... Du siehst einfach, wenn Leute am Generator sitzen! Ne, es kommt ein Perk rein, wo man sich gerne wahrscheinlich auch nicht mehr hört! Die! Ich werde gerade sagen, es kommt kein Tür! S- Ich werde gerade sagen, es kommt kein Tür! S- Alter! Dann hab ich das wieder gehabt. Hey, du spielst mit dem Killer. Entschuldige, für eine Folge, die ich gemacht hätte, aufgenommen. Alter! Juki! Was denn? Hey Juki, Juki muss ich säen! Wir sägen Holz! Ich bin mein Holz. Ich bin mein Holz. Ich bin mein Holz. Ich bin mein Holz. Ich bin mein Holzfäller. Holzfäller? Boah! Hallo Holzfäller! Hallo Holzfäller! Hallo Schatzfäller! Zieh die Mädchen! Hä? Hä? Ich hab doch noch ein bisschen in der Wand rumgebracht, Mann! Du standst, du standst in dem grünen Ding! Ding 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 Ding! Ey, geh mal zurück, geh mal kurz zurück bitte. Ey komm, ich ruhig doch eh nicht... Ach du Wunder, Alter. Äh... Alter, Alter, weh, Alter. Das hab ich ja nicht versteh, aber... Los, 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 los. Ich hatte irgendwo vor deinem Herz, bis Luke ihn dann verkrackt hat. Wie sagt immer Luke? Luke ihn dann verkrackt hat. Ich hab das schon mit dir gesehen. Ich hab das schon mit dir gesehen. Alter! 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 Ey! Ich hab das schon mit dir gesehen. Was ist das schon mit dir gesehen, Julius? Nee! Alter! 2! 1! 2! 2! 2! 2! 2! 2! 2! 2! 3! 3! Der Stern, der Stern! Not zur Hölle! Was? Gibt's denn was? Suchst du irgendwen? Nein! Bitte, erst mal uns! Nein! Alter! Mäh! Nein! Super! Oh! Super viel Spaß im Auto Denn wir stehen schon mit dem Stau Zu dir! Komm ich gleich! Super viel Spaß im Auto Ich lohne mich bitte Super viel Spaß im Auto Wir stehen schon mit dem Stau Warte! Oh Mann, Alter! Nein! Doch! Boah! Zu mir stehen schon mit dem Stau Zu mir kommst du gleich noch! Oh Mann, Mensch! Mensch! Wollen wir das Hälfte, ne? Ich muss nicht einmal mit dem Lachen Oder lacht gleich mit dem Stau Bist du Super Zerrer, ne? Äh, Super Zerrer, ne? Ja, ja, ja Zerrer! J��fer! Psssat! 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 Das ist voll die gute Stimme dafür! Hier, hier oben! Hier oben! Hey Killer, hier oben! Alter! Hey Killer, hier oben! Alter! Hast du mehr Sparling? Killer, hier oben! Scheiße! Doch! Er hatte übrigens... Es hört sich immer so an, als ob Tavi gerade vergewaltigt ist. Lul! Lester ist einfach im Nachthämpf! What the fuck? Er lasst es im Nachthämpf! Nein! Nein! Lester! Der ist in so'n OP-Kittel! Man zieht seinen Arsch! Wie? Lester? Zieh dir doch was an, Mann! Ich will nicht dein Arsch sehen! Machen! Super Waffen! Jetzt für die! Er ist doch voll... Lukiwa! Guck mal her! Dein Arsch! Du nicht den Arsch, mein Kollege! Lass mich mal aufhängen! Ja! Oh nein! So! Ähm... Ja! 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 Halt den Maul, Alter! Ich seh ab 300 Stunden! Machst du das doch! Wenn ich mich nicht... Vollgemacht! Yo! Da Lars sind... Er ist ja wieder... Freunde! Nun einfach! Er Lars wird heute nicht! Nein! Heute nicht! So! Er könnte mich immer irgendjemand retten! Keiner ist auf dem Weg! Verarscht! Herr... Oh! Lies! W Até weggehen in deiner Stelle! Hä... Würgr.. Hä?! Würgras, Θr, was in Ashley... ... HASNOST UNGEN! Da könnte mich ja nichts reden! Sie war auch! Oh Gott! Hyay! Ach, der知B detective! Die Ausgangstore dauern länger zum Auslaufen, das ist mir aufgefallen. Also in der letzten Runde. Lass ihn, Mann! Hoi, Kevin! Hab ich mich gerade erschrocken, ey? Ey, du, du! Was? Oh, zur Hölle! Ich bin jetzt auf den Ausgang. Ich stehe dich vermischen! Wenn du... Komm, komm! Komm, komm! Kommt du auch mit der Ausgangsserie? Ja, passt schon. Wo zur Hölle? Hast du die Ufer bekommen? Ne. Zur Hellheit? Zur Hellheit? Bleibt denn die Kinder mit der Pillikentensäge aus dem Baumart? Was für eine Pillikentensäge wäre? Da ist noch jemand! Alter! Oh Tappi! Das war sehr dumm! Ich glaube du bist dumm! Rache ist Blutwort! Guck, ich hab's gesagt, ich hab's auf der zweiten Fahne gerettet. Kennst du jetzt? Nein! Wenn du kennst, dann gibt's die Report! Nein, nein, nein! Ich spiel doch gar nicht! Ich spiel doch gar nicht noch! Ich such meine Schuhe! Ah, schuld mir! Ich spiel doch nicht! Oder warst du nicht? Nee, keine Ahnung, wer jetzt kommt! Nein, ich bin zu kurz für den prêt! Hach, schuld dir dich, ey! Hach, ach, ach! Nein, bitte! Danke, du! Du bist doch etwas zu schweinen, ne? Tu es! Tu es! Tu es! Ich kann mich jetzt zeigen dir, du bist nicht gefallen. Ja, ich bin auf der... Ja, ich bin auf der... Ey, 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 ey. Sorry, sorry. Ich hab Bindung. Ey, ihr würd' nicht schwenken ab. Nächstes Mal, ich steh' hier raus. Du bist ein bisschen frei verraten. Wie geht das wieder? Ja, spür' dich! Ah! Channing, komm! Dirk,着kehle ich euch, weil, komm, ich hab ihre Brab! Bist du? Oh, Scheiße! Lachen! Ist es nicht? Ja, ey, ey! Puuu! Juma! Hahahaha! Ich vergass mich auf den Scheiße! Ja hier beim Essen ne? ALTER! Das war krass! Da ist die Luke! Nienwo! Links von hier! Oh die vor ihr! Da mitten im Maiswald! Ja komm komm hier rein! Wo war denn? Wo waren die, ey? Mitten im Maisfeld. Da war ich auch grad irgendwo. Ich hab's gehört. Ey, du hast... warte mal, warte mal. Das war schon ziemlich witzig das da, ey. Du hast bei NOED, glaub ich... ...keinen Todesstatus, oder? Was? Warte mal. Ich lese mir das grad durch. Ein Fluch, der in der Macht bezieht, mit Flüssen, eine Macht durch den viertem Tod auf Getrieben, wenn dann über den mit Absoluten sie flüchten, sobald die Astrozone mit Energie versorgt sind. Hört dieser Fluch auf ein glanzloses Totem angewendet, wenn der nicht auf die Karte noch existiert. Solange der Fluch aktiv ist, versetzen... versetzen erfolgreiche Angriffe über den automatischen Todesstatus abkühlt sich. Abkühlt Zeiten werden bei erfolgreichen und bestimmenden Angriffe im Achtestand verringert und deine Bewegungsschwindigkeit ist um 4% erhöht. Dein Flucheffekt bleibt bestehen, solange das entsprechende Fluch-Totum existiert. Ach so, schön vorgelesen. Ja, genau. Halt mir die Schnauze voll, du, Schwäbe. Das ist er! Ach komm. Aber langsam, die Schnauze voll, du, Schwäbe. Lamm, lang... Lamm, lang, 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 lang! Halt doch gleich, Paul. Willst du's gleich tellen? Huh? Ju guckt sich gerade nach Bayern Streit an. Von politisch gerade, ne? Dass du Fisch? Ist noch nicht fertig? Ne, doch! Ich habs mir gerade hochgeholt! Ja, wahrscheinlich! Hm! Juhu! Ich brauche gleich noch eine... Ne? Achso, ja. Gleich, ne? Ich fange jetzt so aus. Noch eine? Warte, Warte! Wollt ihr noch eine? Woher habe ich denn deine Nummer? Von der Gruppe den Fisch. Nehmen wir doch mal den hier. Genau den da. Gibt's ein? Was gibt's? Fies, da bist du. Du hast dir gerade den Nachbarkeitsschreit angeguckt von Boliba gerade, ne? Ja. Hast du das Video gesehen, was ich in die Gruppe geschickt habe? So, ich möchte wissen, ob deine Ausrüstung auch was gleich ist. Das beste Musik-Lied ever. Ach du Scheiße. So, dat und dat. Hast du auch? Hä? Hast du auch dasselbe? Also dat rosane? So, machen wir doch noch eine Runde. Machen wir doch noch eine Runde. Machen wir doch noch eine Runde. Wir hören nochmal. Hat noch nicht. Gewinne, 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 gewinne. Wie viele Runden möchtest du nach haupt nehmen, Lars? Wieso bist du rausgegangen? Wieso bist du rausgegangen? Wieso bist du rausgegangen? Mach mal Apo ready, Leute! Ha, komm, mach mal kap. Apo ready! Dann mach mal kap. Das sind nur billige Ausreden, warte. Los geht's! Yeah, bitch! So. Hey! Eeeh! Und folge gleich! Yeah! Ja! 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 Das ist die Opera im Endeffekt von euch. LOL! Oh, dann Heiko ist bei dir extrem hinterher. Ja, jetzt. Heiko, G! Ja! Warum noch eine Dirty Bomb? Später. Das ist scheiß spiel, ne? Später! 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 Hauptsache immer später, Alter! Später! Ja, sorry, ich hab genau diese Lust drauf, Alter! Später! Und nach der Runde... Ich sag ja... Ich sag ja... Ähm... Die Zwei... Ähm... Zügeman! 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 Quack! Hi Kevin! Hi Kevin! Ich kann mich nur ein kleines Kartoffeln zählen! Ja! Ich auch! Du kannst Kartoffeln zählen? Scheiße! Ich kann bis Kartoffeln zählen! Hahaha! Deine Community, Alter! Wenn die das hört! Was? Wenn deine Community das hört, ne? Das... Das du bis Kartoffeln zählen kannst! Das du Kartoffeln zählen kannst! Ja, rass die alle aus! Oder das ist! Und immer dran denken! Schrift'n Like! Das gefällt auch ihm dann! Mit jedem Like spende ich einen irgendwo, dass er mehr zählen lernt! Hahaha! 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 Also denkt man! Sind sie ein Partner von Fairtrade? Hahaha! Mit euren Like's 30-Took Spülungsstatus! Tut das wirklich! Also wenn sie bis Kartoffeln zählen können, sind sie auf jeden Fall ein Partner von Fairtrade! Hahaha! Hey! Ich kann nur Chips zählen! Also wenn sie sogar bis Pommes zählen können, sind sie sogar einer der von DHL! Äh DHL! Was DHL? DHL ja! DHL ja! DHL?! Und wenn sie bis Pizza zählen können, sind sie sogar einer der FIB! Der FIB? Nein! Das stimmt! Das ist sogar einer der von Hermes! Die Hermes sind nämlich noch schlimmer! Ah ja stimmt! Stimmt! Okay! Warten sie! Warten sie! Wenn sie noch! Wenn sie! Also das ist wirklich nur für ähm Gimlias ersten Hauptschulabschluss! Ähm! Hey! Nee! Also Hauptschulabschluss auf dem Gymnasium! So! Ähm! Wenn sie bis Burger zählen können, ja? Also was sehr schwer ist heutzutage schon! Dürfen sie sogar zu... Ups! Die Pancho! Hey! Ich such die Luca! Brrrr! Brrrr! Ist das euer? Brrrr! 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 Ich weiß, wo ein anderer ist. Ich hab keinen Bock mehr. Chyuki, Mann. Wo bist du? Merci, Mann. Chyuki. Merci. Was geben wir noch, Chyukamian? Du, ich... Really? Einmal. Doch? Das ist nicht. Das ist lieb von dir. Komm mal, wenn die in die Hand ist. Der Anbohr ist nicht her. Nope. Auch noch im Keller. Genau. Es schaut doch noch in der Halle aus. Denn es bleibt. Doch, er kann es ja nur im Umkreis machen. Ja, dann sieht man, in dem... Oh, na toll. Der in dem Haus. Wo zur Hölle seid ihr? Da, wo du nicht bist, dann schon. Ach ja? Jo? Kannst du mal bitte weggehen? Ich bin mal weg. Ey! Ach, bist du nicht? Ich höre mal nach dem Anschlag. Geh weg. Geh komplett weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ey! Scheiße! Das ist das Kaste, warum? Ist dein... Das Schwein? Hat dich gerade gerettet, ne? Ich stecke an die Küche. Das Schwein war am wegen. Ja? Achtung! Wenn du... falls du um bist... Oh, nicht so schön. Au... Oh, Flut... das Flut... das dritte Segel ist da. Komm, guck mal her. Was ist denn? Oh scheiße, ich bin auch immer wieder zu rennen. Du kannst dich wie immer selbst sagen. Ja, ich kann mich selbst sagen. Das heißt, du... du musst... Was? Hörst du? Hörst du? Der strebt gut. Total egal. Ach, Mensch. Krass. Der fang mir ne Palle auf. Warum geht das eigentlich immer noch? Ich bin vorwassend deshalb unter den Boden. Ich hab so gelacht, dass ich selber reingelaufen bin. Ich hab's ja nie gehört. Ich hab's ja nie gehört. Nein! Warte, ja? Lass mich liegen! Nein! Mensch. Warum kannst du mich nicht liegen lassen? Nein! Hier ist die Fala! Oh Gott! Hier ist die Fala! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, du bist die Fala. Sieh nicht! Kann ich mir nicht mehr nochmal machen. Hallo! Entschuldigung. So! Tarii! Wenn man verlässt, kann man keine, keine, keine Leute zum Haken. Wer hat mich? Mist! Was können wir? Oh! Entschuldigung! Gattet mich einer! Sorry, verletzt kann man keinen retten. Bist du? Achtung! Was ist das? Oh! Ich habe mich nicht mehr im Hunger! Oh! 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 Hey! 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 Nein, bitte! Nein, bitte! Nein! Nein, lacht mich nicht an! Nein! Ich hole! Ich glaube, dass es noch geht! Wir haben uns in den Kasten! Das geht! Geh am besten! Geh weg! Geh weg! Ihnen wird das angezeigt, geh weg! Da kommt er her! Ja, scheiße, wa? Das ist unser zweites Fluchto zum Zerstören! Oh mein Gott, gepistet! Oh mein Gott, gepistet! Oh mein Gott, gepistet! Halt's Maul! Halt's Maul! Halt's Maul, Cookie! Danny, Duke hat mich in die Bote auf der Nähe zersperrt! Genau! Alter! Der Lars einfach verarscht! Der Lars die ganze Zeit voll verarscht! Tavi, ich hab gehört, du kriegst heute Abend Besuch von Cookie! Hey! Ey! Der läuft doch was, oder nicht? Ja, Q! Der Lars gerade! Ey, Tavi ist nicht mal da, oder? Doch, sie ist doch da, oder? Nein! Nein! Das muss sein! Das muss sein! Das muss sein! Schau mal! Such mal einen anderen... Oder lauf einmal außen rum! Okay! Lalalalalalalalalala Oh, das war so...assig Bezähl ich mir nicht, dass die Luke... Luke sei nicht traurig dazu Ich weiß, aber zumindest konnte ich das aus... Ich hab Lars die Zeit genommen Luke, denke was du möchtest, alles gut Entschuldigung Hä, Tavi ist...wenn Tavi nicht da ist, warum spielst du die ganze Zeit Dirty Bone? Die ist da, du Lauch Ja, sag ich doch Kann mal jemand aufhören, dass du... Nein! Nein! Alter Game is over Das war geil Ja Das war so einfach nur dumm Glück Ich hab heute nie getestet Weil ich ganz knapp noch gewonnen hab Ja Ich weiß Ich hab dir ein Bild geschickt Ja, ich weiß Und das war genau kurz Eine tolle Schule So Boah, stell dir vor, Tavi Du hättest einfach keinen Kistenplatz mehr gehabt Boah, das wär so assig Boah, Alter Ich hab das Handy genommen und halt weg geschmissen Oh mein Gott Die Runde war aber echt nice Ja, ja Hey, ja, ja Da, wo ich dich jedes Mal Abgeschüttelt habe, ne Aber gut Damit Geh ich erstmal AFK In dem Sinne Geh ich auf Zuschauer-Modus Und ihr könnt auch so spielen, wenn ihr wollt Tschüss Tschüss Tschüss